Drehwurm Genau So, die Cops sind natürlich auch wieder am Start 3.31 war meine Bestzeit Ach, drei Runden muss ich hier den Scheiß fahren Ach ja, ich kann mich erinnern Wo ich mich über die ganzen Vorsprünge hier aufgeregt hab Ah ja, Lord, ich bin erst da Was haben T-Den gemacht So Mein Gott, da wäre ich beinahe schon wieder gecrasht Ey, ich behalte immer so die Karte im Augenwinkel Behalte ich den mal am Blick, um irgendwie zu schauen Wo es lang geht jetzt Nicht, dass ich dann wieder so Einfach mal wieder geradeaus fahre Obwohl ich hätte abbiegen müssen So, hier muss ich jetzt zum Beispiel ab Frontaltake-Don Den hab ich gar nicht gesehen, dass da einer steht So Die Tanken nehmen wir mit Das Scheißweiß brauchen wir nicht mehr Super, jetzt haben wir Grau Oh Wo ist hier die Lücke? Hier in der Mitte So Wow Und schon wieder Der Scheiß Vorsprung da Das ist eigentlich ein Rücksprung Also so ein Rückstart Rücksprung Ja, voll krass Verpestet euch einfach jetzt beide hier Mein Gott, jetzt war ich hier auf den Schiff Na, komm Hat der das vor mir ausgesetzt, oder was? Verbringt eine Tanke jetzt Ich bin Erster, ich weiß Aber trotzdem So, weil ihr ja noch zwei Reifen habt Die funktionieren Aber ich glaube, ich warte hier Sehr lange auf eine Tanke hier So Hey, aber Bis jetzt Da ist eine Tanke jetzt irgendwo Komm, bitte Rette mich Rette mich Ja Ja Und Stoff Jawohl Also ich habe mich gut gehalten Mit zwei Platten Reifen Ganz ehrlich Jetzt zieht der Die Bugatti auf einmal wieder Der Bugatti Die Bugatti Hier auch immer Letzte Runde bin ich auch schon Und schon wieder Und schon wieder So Immer noch Zweiter Also geht es jetzt hier nur darum Hier den vorne irgendwie hier zu krallen Ah Zum Glück Bugatti gewesen Aber war es nicht So Liegen jetzt immer noch irgendwo Die Nagelbänder Eigentlich schon hier Sind ja nicht verschwunden Aber ich habe sie umfahren Hier letztes Mal hatte ich sie noch Hatte ich sie noch an den Eiern So Mein Gott Das war doch kein Gecrash Ich bin eben nur ein bisschen In diese Seite reingeknallt Ja super Vierter Ganz stark Ich brauche Nitro Ja Ziel Super Super Ganz stark Canva shot Los Hop So Alter Wer pisst So Ja Scheiß Cops So Jawohl So musst du die fahren Achso Bin direkt erster Okay Ich gehe nach rechts So Äh Alter Sag mal hat der sich geportet Was war das denn bitte Auf einmal doch da vor mir auf Verpisst dich halt Mal Alter Was war das denn gerade Auf einmal steht er vor mir so Plopp Hey Hey Knall ich nur mit dem Heck dagegen Hey Sofort Ja gecrasht Ja Ist nicht witzig man Scheiß Spiel So schon wieder weiß Schon wieder die Scheiß Ja Ganz stark Macht mir halt genau den Den Schlupf Wo du eigentlich durchkommst Crashen sie mir zu So Soll ich eigentlich ein bisschen Mehr Speed haben Gegenüber der Bugatti So Und doch Getaked out Jawohl Sehr gut Oh oh Jetzt bin ich hier oben Ich muss hier so eine kleine Kurve fahren Aber ging Hast halt nur die Arschkarte Wenn da irgendwie Verkehr rumhängt Das ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch Dass du da einfach voll reinrauscht So Ey Ich krieg diese Kurve nicht hin Ey Unglaublich So Eigentlich driftet der mal Aber auch in den Graster kann er nicht driften So Hier meine beliebte Tanke Jawohl Das ist die gescheite Farbe Das wird die Siegerfarbe hier Ja Weißt du Und dann lenke ich extra noch so Dass ich an dem vorbeikomme Ich werde wahrscheinlich Eher in der Wand Dann gelandet No So Jetzt bin ich gespannt Ob ich das noch aufholen kann So Also Zweiter werden wir auf jeden Fall Denk ich schon mal Den Lambo Den holen wir uns jetzt Was Was war das denn Was macht der Typ denn Fährt zurück Ich dachte Wer kommt mir jetzt da hingegen Oh mein Gott Die Bugatti Er die Karts nicht Erst portet sie sich So jetzt kommt Einmal diese Kurve hier Bisschen gut kriegen Da steht genau Verkehr hier Jetzt volles Nitro Und da kommt nämlich gleich Das Ziel glaube ich So Genau Hier ist das Ziel 304 Hatten wir eben nicht Eine 330 Da als Bestes Ja drin stehen Naja So Jetzt haben wir noch 73.600 Bis zum nächsten Most Wanted Reifenreperatur Ist immer gut Das überspringen wir Und Das ist auch immer gut So Jetzt muss ich nur noch Hier schnell irgendwie entkommen Genau Bugatti Überhol mich erstmal So ist gut Was soll das denn Ich wollte gerade sagen Wieso hat die Pfeile da noch Oh oh Der war fail Der war fail Der war ein bisschen fail Aber hat mich zum Glück Nichts gekostet So Dann würde ich jetzt sagen Wir stellen uns hier zu cool hin Hier vor Wask Wille Sports Machen den Motor aus Und dann würde ich sagen Leute Man sieht sich Hoffentlich Das nächste Mal Abonnieren Kommentieren Daumen nach oben Und ja Bis zum nächsten Mal Mit einem neuen Wagen Und Bis dann Tschaui Servus Ja Hallo Liebe Leute Und herzlich willkommen Zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted Ja Wahrscheinlich Die letzte Aufnahmesession Von diesem Spiel Weil ich denke jetzt mal nicht Wenn ich die Abstimmung Machen werde Dass da so viele dafür sein werden Dass ich das Spiel hier noch Weiterspielen werde Aber gut Ich lasse mich da überraschen Aber jetzt erstmal hier Zurück zum Spiel Genau Ich wollte gerade sagen Wir hatten hier alle Rennen Eigentlich gemacht Und jetzt würde ich mir Gerne mal Nein Nicht den McLaren Sondern den Mercedes SL 65 AMG Mir mal holen Ich würde gerne Zielpunkt festlegen 4,1 Kilometer Alles klar Genau Wahrscheinlich Wenn dieses Video Hier rauskommt Läuft die Abstimmung Sowieso schon Und da werden wir gucken Mal was da rauskommt Was ich dann so Als kleines Übergangsprojekt Plane Oder spielen werde Bis zu Race Driver Grid 2 Wo ich ja schon Sehr gespannt drauf bin So Mein Gott Verpiss dich Ja Also wie gesagt Auf Race Driver Grid 2 Bin ich schon sehr gespannt Das Einser War ja schon ganz geil So Ich fahre hier Mal wieder Schon wieder Wie auf rohen Eiern Und die Cops Schon wieder Am Arsch So Ersten Hier wird Wegkommen So Und schon wieder Direkt die nächste Mein Gott So 1,3 Kilometer Hammer noch Da ist ein Wagen gewesen Da ist erstmal ein Wagen Den haben wir jetzt Und da ist auch ein Wagen So Mein Gott So Wie gesagt Den SLS AMG Den wollte ich mal gerne fahren Ich meine Wenn ich es richtig gelesen habe Wir brauchen noch 73.000 Und dann können wir Den nächsten Most Wanted Gegner Wieder herausfordern Und ja Das versuchen wir dann Heute natürlich Fertig zu machen Oder was heißt Den nächsten Most Wanted Gegner Eigentlich den letzten So Genau Wagenwechsel Und der sollte einen saugeinen Sound haben Oder Jawohl Jetzt muss ich wahrscheinlich Genau den Weg Den ich eben Gerade gekommen bin Wieder zurückfahren Hat sich auf jeden Fall Gelohnt Ganz klar Ne So Da war gerade wieder ein Auto Habe ich gesehen Ich wollte auch gerade sagen Ich habe bis auf vier Kameras Habe ich alle Also Da müsste man vielleicht Das könnte man vielleicht Noch machen Aber wie gesagt Das mache ich dann sowieso Also wenn ihr sagt Ja spielt Spiel weiter Dann möchte ich das Sowieso alles machen Aber wie gesagt Ich gehe jetzt mal Nicht davon aus So Aber es macht durchaus Noch Spaß zu spielen Also So ist es jetzt nicht Also wenn man das jetzt Nicht die ganze Zeit zockt So immer mal so Ab und zu Und ich zocke das Jetzt eigentlich nur Im LP Dann kann man das Echt ab und zu Mal wieder einlegen So Ist echt ganz nice So Diesmal hat der Kopf Mich jetzt nicht verfolgt Alles klar So Einmal eine andere Farbe Bitte Jawohl den Schwarz Schaut ja richtig nice aus So Jetzt sind wir Auch Fahren wir auch Dann gleich erstmal wieder Nach wahrscheinlich Fünf Minuten Lang Nur hier wieder Humpurken So Hier Zack So Hier ist es ja Alles klar So Da steht es Ja Jetzt 73.000 brauchen wir noch